In diesem Video erklären wir dir, wie du unter Windows die Tastatur anpassen kannst, um so weitere Zeichen und Tastenkombinationen zu definieren. Im Beispiel zeigen wir dir, wie du das Copyright Zeichen einfach mittels Alt-Gr und C schreiben kannst. Viele weitere Zeichen sind auch mit dem gleichen Prinzip möglich. Im ersten Schritt nun musst du dir den Keyboard Layout Creator von Microsoft herunterladen. Entsprechend handelt es sich um eine offizielle Software zum Anpassen der Tastatur und du lädst dir keinen Chartcode herunter. Installiere die Software und starte den Keyboard Layout Creator. Wenn du eine deutsche Tastatur hast, was in der Regel der Fall sein sollte, solange du dein Notebook oder deine Tastatur nicht importiert hast, klicke auf File Load Existing Keyboard. Nun werden alle möglichen Tastatursprachen angezeigt. Du musst, wie hier dargestellt, Deutsch auswählen. Nun sollten automatisch alle Buchstaben und Zeichen korrekt dargestellt werden. Jetzt kannst du weitere Zeichen und Tastenkombinationen hinzufügen. Da normalerweise alle Tasten belegt sein sollten, musst du auf der linken Seite bei Shift-States den Punkt Alt-Gr bzw. Alt-Control auswählen. Hier hast du noch zahlreiche unbelegte Tasten. In unserem Beispiel haben wir auf die C-Taste ein Copyright Symbol hinterlegt. Du kannst natürlich auch jegliche weitere Zeichen- und Tastenkombinationen nutzen. Eine Liste aller möglichen Zeichen und Symbole, die ihr mit eurer Tastatur schreiben könnt, haben wir in einem weiteren Artikel auf der Website Tutorialcenter.ev erklärt. Nachdem du alle neuen Zeichen auf der Tastatur hinterlegt hast, kannst du unter Project Test Keyboard Layout vorab testen, ob deine neu gestaltete Tastatur funktioniert. Danach klickst du auf Build, DLL und Setup Package, ebenfalls unter Project. Dabei kann es vorkommen, dass noch Fehler oder Hinweise gemeldet werden. In der Regel ist dies jedoch uninteressant und die Tastatur sollte dennoch funktionieren. Das erstellte Setup Package, also die Exe-Datei, musst du nun starten um deine Tastatur zu installieren. Als Name wird im Übrigen derjenige festgelegt, den du zu Beginn definiert hast. Sollte das neue Tastatur-Layout nicht übernommen worden sein, dann musst du in die Windows Systemsteuerung gehen und hier eine neue Tastatur festlegen. Suche dafür in der Systemsteuerung nach Sprache und dort findest du Eingabemethode ändern. Hier kannst du dann auf Optionen gehen und das neue Tastatur-Layout auswählen. Vielen Dank fürs Zusehen, weitere Informationen wie immer auf Tutorialcenter.tv unter anderem auch mit einem ausführlichen Artikel zu diesem Thema. Nun viel Spaß mit deiner benutzerdefinierten Tastatur unter Windows. erstes. haltet